Hallo YouTube und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Space Engineers Staffel 2. Also meiner Einer ist ja immer noch hier beschäftigt und versucht da irgendwie was aus dem Brocken da rauszuholen. Smoker ist irgendwo da. Am Werkeln bei der Station. Und ich mach mir jetzt mal wieder den Motor an. Achtung. Oh, es klingt so episch, wenn der Motor anspringt. Und wir jetzt mal weiterbohren, deswegen bin ich zu viele Leidergottes still. Weil ich muss ich dann doch ein bisschen konzentrieren. So. Den Motoren fehlt noch ein bisschen was. Ich habe jetzt noch der Petra ein bisschen beladen. So. Aber jetzt sind sie langsam fertig. Wo was passt. Wunderbar. So. Brauchen wir jetzt noch Stahlplatten und müssen immer noch in der Dreierreihe dran sitzen. Ohne Witz, ne. Und in dem Cargo Container ist kein Überblick mehr, ne. Ich weiß. Alles durcheinander. Das ist mies. Aber da habe ich schon gute Tipps zum Sortieren bekommen. Jo. da und nochmal da und dann da und so schauen wir uns mal das schiff von vorne an das dürfte da jetzt eigentlich noch ganz sein tatsache da hatte ich recht und wenn der negro dann wieder da ist wird uns dann bestimmt noch mal hier die motoren einstellen da und dort und da und jetzt noch der letzte wir müssen dann sowieso noch irgendwo noch in dran setzen wo soll man erst mal ein anhaltspunkt ich habe in dem buch habe ich 007 eis drin das klingt so ein bisschen nach james bond mein name ist blondie jimmy blondie von allen seiten angeschrieben ja echt so und dieses gedingsel da war gerade mein fernsehen ich musste mal kurz auf eine tasse drücken sonst geht mir die bude aus was für gedingsel naja sind so ein leichtes gepiepsen echt das eine das andere gereich war steam da hat mir auch gerade jemand geschrieben gehabt und das zweite gereich war skype da hat mir auch gerade jemand geschrieben okay wir müssen jetzt sagen tuffi ist schon weg das stimmt habe ich vergessen tut mir leid hoho tuffi liebe grüße an dich weißt du das hier siehst falsch ich geh von aus ich hoffe mal schauen so das hat man jetzt so jetzt müssen die nur noch ein bisschen gedreht werden so Ähm, dumm, 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 dumm. Warte mal, du konntest doch, äh, Optionen da was einstellen. Oh, das dort? Ne. Steuerung. Ne. Äh, Spiel vielleicht? Äh, ne, das wollte Schnee und zwar, das wollte ich. Ah, viel cooler. Hüpp. Ah, schön. Okay, jetzt brauchen wir die Motoren. Ah, Mann. Verdammtes Kabel. 400 Eis, 700 Eis, 600 Eis, 188, 700, 500, 400, 55.000. Läuft. Das stimmt, ja. Da wurde mir ja der Tipp gegeben, dass ich das auch so machen kann. Ich bedanke mich nochmal an der Stelle. Ich bin hier gerade ein bisschen am Verzweifeln. Na, das bist du doch immer. Fangen wir mal hier an mit dem Motor. Äh, da, 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 da. Die Geschwindigkeit machen wir mal irgendwie so. Gucken wir mal da und. Ah, da ist er. Wo? Letztens wollte ich noch in der Loll aufnehmen, ne? Auf wem hat da irgend so ein Spacken angefangen herumzuspinnen? Ich dachte, was geht denn mit dem? Hm, in Wiedern rumspinnen? Na, irgendwie auf jeden Fall sind es rumgeschrien. In Skype. Okay. Ich habe gesagt, danke du Spinner. Jetzt die komplette Aufnahme im Arsch wegen dir. Da hätte ich ausrasten können. Huch, da war der Auto safe. Ah, cool. So könnte es vielleicht passen. Gucken wir dann mal. Okay, ich stelle mir den nächsten ein. Ah, der ist das. Ne, halt, das war der. Ja, den hatten wir bei 36. Also machen wir den auch bei 36. Der Bremsmoment ist auch. Das müsste ja jetzt passen eigentlich. Wochen bleibt der jetzt nicht stehen. Ach ja, Motoren. Boah, ich kriege ja fieste Panik bei den Bohren. Ich bin ja nicht die Legenda. Mal wieder hier sozialistisch umlagern. Oder was Limit ist da? Da. Gut, 93.000 Eis haben wir schon. Cool. Ah, wir schon. Oh, jetzt darf das passen. Oh, jetzt darf das passen. immer noch cool der wird sich bestimmt schon wieder beruhigen hoffe ich schau mal hier und genau die drei müssen dort der da genau die trennen sind da so der dreht sich und freut sich seines Lebens jetzt der damit 36 und jetzt auch den rüber so da müsste der hier dann minus 36 sein so da haben wir die minus 36 gut das war zu viel das brems moment geschwindigkeit das passt jetzt noch der darf man gleich durch sein da 36 brems moment hoch und das duftet auch passen ok der scheint schon eingestellt zu sein da dann dürfte das jetzt erstmal soweit passen das könnte fast mit den Winkeln übereinstimmen das ist wunderbar dann können wir jetzt hier noch ein dran setzen so haben wir das dort auch nehmen wir nicht oder wie haben wir denn überhaupt da dran gesetzt da doch nach oben immer und dort 148.000 reicht das erstmal an eis definitiv durfte reichen das kommt ein bisschen gut ich mach die folge noch voll mit bohren die folge ist gleich voll mit bohren so leute das war es jetzt erstmal wieder mit der folge ich wünsche euch hat euch gefallen gibt doch feedback wenn ihr wollt ist aber alles wie schon gesagt alles freiwillige basis und check dann auch mal den kanal von smorgat der link ist steht unten in der beschreibung und eventuell sogar noch als link im video und bis dahin wünsche euch viel spaß beim gucken und dann bis zum nächsten mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal